und herzlich willkommen hier zurück zu over watching you ja es ist wieder mal eine zeit für eine runde overwatch da ich wieder mal nichts von euch gehört habe bisher es kann auch sein dass es jetzt jetzt schon so wo die folge rauskommt was runtergeschrieben wurde das kommt dann halt nächstes mal also nächste woche weil ich produziere ein bisschen vor nur diese woche diese beiden tage sprich heute und morgen die folgen sind jetzt vor produzierung ab nächster woche wird es dann wieder ein bisschen anders sein also ja erstmal natürlich bevor wir anfangen zu spielen möchte ich kurz darauf hinweisen noch mal wenn ihr challenges für mich habt egal was wirklich egal was für overwatch natürlich ne schreibt es in die kommentare ich habe ich schreibe auch grundsätzlich jetzt ein kommentar da unter dieses video und unter jedem anderen overwatch video drunter um euch noch mal ein bisschen darauf hinzuweisen ja und zum anderen möchte ich darauf hinweisen für die leute die overwatch spielen und mal lust haben mit mir zu spielen hier haben wir den netten gott müsste ich sich das nicht unter karriere auch schade okay leute was gesagt ich glaube das müsste hashtag heißen hashtag 21939 so und ich würde sagen wir spielen jetzt erstmal wieder irgendwas akademäßiges ich habe irgendwie das keine beschränkung ist es keine beschränkung besiege die gegnerische bei der thema besteht keine beschränkung ja toll die duelle habe ich jetzt überraschungs zu er habe ich jetzt keinen burg ach komm wir machen noch mal eine kleine überraschungs helden runde einfach weil ich lust drauf habe und weil es witzig werden kann so wir spielen einfach mal kommt einfach mal als murphy und die war was leckt denn heute hier so moment einfach mal mit rein ballern hat er 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 ja ich sehe mich noch nicht selber das ist das doofe ja ok wir haben anscheinend eine runde gefunden finde ich schön und tempel ok komm ja komm einfach jank wird ist ja egal wird ja sowieso noch umgeändert so wir haben mich natürlich dann den blank die juli power blade aviator und war in unserem team im gegner team haben wir nun bunny n 4 7 8 kamerad irgendwas egal kommt wir sind nebenbei war das etwa alles wir haben zweimal top ja falsche taste ich beziehe eine okay da wurde anscheinend gerade mal wurde ich anscheinend gerade mal in die luft gejagt genau wetterfeuersacke gefällig kuckuck danke das war schon mal 1 so kommt da ist irgendwo noch auch eine ferra von denen wo ist sie alter fiktor Fickt euch. Scheiße, 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 Scheiße. Irgendwo ist ein Bastion oder so. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Oh, Gott sei Dank. Danke. Oh. 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 Einfach mal voran, meine Freunde. Voran. Oh, Vorsicht. Zack. Schnell, schnell, schnell. Und. Zack. Ich fliege auch noch rein. Guckuck. Guckuck. Moin, Reaper. Okay. Doppelkill. Doppelkill. Wenigstens Doppelkill. Haha. Sogar noch gekillt von. Oh. Nein. Mist. Grad, wo ich ihn benutzen. Grad, wo ich ihn benutzen wollte. Meine Fresse. Oh. Scheiße. Die haben ein Geschütz da hinten. Das ist natürlich nicht so nett. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Ich nehme das Ziegel ein. Schließt noch nicht mehr, Mann. So. Ich würde sagen, mit einer geilen Aussicht ein bisschen Gesicht. Nice. Nice. So. So. Ja. Bastion. Ja. Komm. Ich bin eher auf Seiten des Heilers. Bin ich ganz ehrlich. Bastion ist. Egal ob im Team oder als Gegner. Ist einfach zu OP noch. Doch. So. Und dann. Würde ich sagen. Machen wir gleich mal. uns ein nächstes Match suchen. Ah. Nein. Das ist ein Übungsgefecht. Schade. so. So. Komm. Wir spielen als Symmetra. oder Tracer. Oder Tracer. Oder Tracer. Ich würde dann mal sagen. Ich würde dann mal sagen. nicht. Im Dings ist er nicht. Ah. Na. Jetzt haben wir zwei Gegner. 2 versus 2. Zack. Komm. Na. 2 versus. Na doch. 2. 2. Kann man einfach mal. Nein. Mist. Okay. Fühl wir einfach mal. Das ist und weil ich da rein. Schade. ich bin so allein 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 okay dann machen wir eine runde weil ich lust drauf habe universität eine uni ist das okay ich dachte so ein ferienparadies oder so aber wenn das eine uni ist ich glaube ich überleg mal wo ich mich anschreiben einschreiben hallo Ein Knall für die rechte Sache. Hier. Fünf, vier, drei. So. Eins, Runde eins. Geht mal vor. Gehen Sie den Zielpunkt ein. Okay. Ja, toll. Die Drecksau. Ich dachte mir so, schön, okay, zack, ballern wir schön mal. Ich bin ein Mann Apokalypse. Fupp. Ich hab, ah, scheiß ich. Ich hab noch ein Dingsspray drauf. Ein Weihnachtsspray. Okay. Irgendwo oben. Dr. Marcy im Bereitschaftsdienst. Na toll. Drecksau. Dicht mich erst mal pennen. Ja, die Drecksau. Da. Ich versuch's, so gefällt ab mit dem. Oh, Hansel. Zack, 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 zack ist das denn für den dings mit 27 leben immer doch drauf zu verlieren weg mit tracer erst mal mit willst du da oben denn eigentlich von mir ist mich in ruhe ist aber nicht nett los ist das ist ein vieh wo ist das vieh nix da Das lockt ihr doch... Alter, voll verhauen wegen der... Puh, komm... Na, schade... Schade, 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 das wird nichts mehr. Sieh ich jetzt schon, das wird nichts mehr. Sag ich mal, Zieleinnahme fehlgeschlagen. Ja. 1 zu 1. So. Ich würde aber sagen, das war es erstmal für heute mit Overwatch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, tschau, euer Levers. So. 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 So.